Hallo, mein Name ist Robert Jatschik, ich bin der Referent für Bildungspolitik auf der Bundes-ÖH. Und jetzt erkläre ich euch, wie die ÖH aufgebaut ist. Die österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, kurz ÖH genannt, besteht aus allen Studierenden österreichischer Hochschulen. Studierende können alle zwei Jahre bei den ÖH-Wahlen ihre Vertretung wählen. Doch wie wählt man diese und was tut die eigentlich? Drei Ebenen sind an jeder Hochschule wählbar, nämlich die Studienvertretung, die Hochschulvertretung und die Bundesvertretung. Dabei ist die Studienvertretung eine sogenannte Personenwahl, wohingegen die anderen beiden Ebenen jeweils Listenwahlen sind. Wie schon erwähnt, ist die Studienvertretung eine sogenannte Personenwahl. Was heißt das jetzt für mich als Studierenden? Wenn meine Studienvertretung 400 oder weniger Studierende vertritt, dann kann ich bis zu drei Personen wählen. Wenn sie mehr als 400 vertritt, dann darf ich bis zu fünf Personen wählen. Wenn ich niemanden oder mehr als drei bzw. fünf Personen ankreuze, ist meine Stimme ungültig. Wozu brauche ich die Studienvertretung überhaupt? Die Studienvertretung ist die erste Anlaufstelle für alle Studierende dieses Faches. Sie können euch sowohl fachlich weiterhelfen, als auch bei Problemen mit der Lehrveranstaltungsleitung für euch reden. Die Berufungskommission ist die Auswahlkommission für zukünftige Professorinnen und Professoren. Die Curricularkommission, auch Studienkommission genannt, schreibt und wartet eure Studienpläne. Und die Habilitationskommission verleiht Lehrenden eine sogenannte Lehrbefugnis. Die Studienvertretung nominiert in all diese Kommissionen Studierendenvertreterinnen hinein und beeinflusst somit direkt euer Studium mit. Wie funktioniert eine Listenwahl? Bei der Wahl der Hochschul- und Bundesvertretung darf man genau ein Kreuz bei einer Liste machen. Listen bestehen aus mehreren Kandidatinnen und Kandidaten, die namentlich in der Wahlkabine unter den jeweiligen Listennamen auch aufgezählt sind. Die Mandatszuteilung wird über das sogenannte der Honsche Verfahren ermittelt. Dieses weist den jeweiligen Listen Mandate im jeweiligen Verhältnis zu ihren Wahlstimmen zu. Je nach Studierendenanzahl haben die Hochschulvertretung zwischen 9 und 27 Mandaten. Die Bundesvertretung hat 55 Mandate. Für die meisten Beschlüsse benötigt man eine einfache Mehrheit. Also mehr als 50% der Mandate müssen zustimmen. Die Hochschulvertretung ist das höchste Gremium der lokalen Hochschülerinnen und Hochschülerschaft. Diese ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und somit eine juristische Person. Die HV wählt einen Vorsitz, welcher die Hochschülerinnen und Hochschülerschaft nach außen repräsentiert. Diese Person ist auch für die Körperschaft verantwortlich und verhandelt auch mit Stakeholderinnen wie dem Rektorat. Die HV wählt auch Referatsleitungen. Jedes Referat ist für ein Ressort zuständig. Gesetzlich hat jede HV mindestens drei Referate. Das Wirtschaftsreferat, das Sozialreferat und das Referat für Bildungspolitik. Der Großteil der HV hat jedoch weit mehr. Diese übernehmen zum Beispiel ressortspezifische Beratungen und führen eigene Projekte durch. Der Senat ist das höchste Gremium einer Universität. Der Senat setzt Berufungs-, Habilitations- und Curricularkommissionen ein. Was tut eigentlich die Bundesvertretung? Die Bundesvertretung, kurz BV, ist vom Aufbau her der Hochschulvertretung sehr ähnlich. Sie wählt genauso einen Vorsitz, welchen sie nach außen repräsentiert. Des Weiteren gibt es auch hier Referate. Da die BV mit 55 Mandaten relativ groß ist, hat sie auch ressortspezifische Ausschüsse, in denen mit jeweils elf Mandaten diskutiert wird. Die BV entsendet auch Vertreterinnen in die European Student Union und sorgt damit dafür, dass die Interessen der österreichischen Studierenden auch europaweit beachtet werden. Die BV mit 55 Mandaten